Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die FED hat gestern die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben. Der Leitzins liegt jetzt in einer Spanne von 4,75 bis 5% und das Programm zur quantitativen Straffung wurde dabei unverändert belassen. Wie haben die Märkte reagiert? Schauen wir uns das mal genauer an, den Risiken, weil es gibt es natürlich wie immer vorab, gerne mit CFDs, das ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber in die X-Station. Wir fangen mit Gold an, aber vielleicht noch ein paar Worte zur Geldpolitik. Also Jay Powell scheint über die Situation der Banken bisher nicht sonderlich besorgt zu sein. Er behauptet, dass die FED genug getan hat, um Stabilität zu gewährleisten und deutete an, dass die FED an ihrer politischen Linie festhalten wird. Also eigentlich ein Zeichen dafür, dass man von einer gesunden US-Wirtschaft ausgeht. Gleichzeitig wurden jedoch die Zinsprognosen gesenkt, wenn auch nur leicht und das deutet darauf hin, dass es dann möglicherweise im Mai eine letzte Zinsanhebung geben könnte. Der Goldpreis zieht wieder an und kann den Wochenverlust größtenteils wieder ausgleichen. Das sehen wir hier am langen unteren Schatten. Kurzfristig hat es einen Boden gegeben nach einem Test des Hochs vom 15. März. Kurzfristiger Boden und jetzt der Versuch, sich wieder den wichtigen Widerständen anzunähern. Also das könnte der Beginn eines neuen Aufwärtsimpulses sein. Wo liegen die wichtigsten Widerstände? Wir haben ein wichtiges Hoch, das ist das Hoch vom April 2022, 1998. Dann das Wochenhoch bei 2009 und dann sind wir schon im Bereich der 2070 Dollar. Also kurzfristige Unterstützungen, da würde ich im 4-Stunden-Chart bei 1954 Dollar ansetzen. Lokales Tief und weiter unten haben wir noch den Bereich bei 1934. Der Dollar wertete gestern deutlich ab. Das hat dazu geführt, dass das Euro-Dollar-Paar die 1.09er Marke geknackt hat. Ziele auf der Oberseite, die 1.1033, also das ist der Hochpunkt des jüngsten Aufwärtsimpulses. Korrektur und jetzt der neue Angriff und danach könnte man sich auf die 1.1185 konzentrieren. Das ist letztendlich ein Zwischenhoch der langfristigen Abwärtsbewegung gewesen und diese Ziele werden dann peu à peu abgearbeitet. Unterstützung gibt es kurzfristig bei 1.0852 einmal und etwas tiefer bei 1.0759. Der Nasdaq 100 stieg gestern auf den höchsten Stand seit sieben Monaten. Der Tageschart zeigt dann nochmal ein bisschen die Reaktion. Erst die schönen Gewinne, der Ausbruch nach oben, dann die Gewinnabgaben und dann sogar Minus geschlossen. Heute gibt es bereits wieder eine Gegenbewegung, also vielleicht einen zweiten Versuch, um hier oben über den Widerstand bei 12.947 Punkten auszubrechen. Kurzfristige Unterstützung im 4-Stunden-Chart gibt es bei 12.525 Punkten und noch etwas tiefer bei 12.313 Punkten. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Informationen gibt es dann in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.